Wir lesen das von unten nach oben, 30 and then come the curve, exactly. Du hast am Montag Kraft zur Prüfung und bist auch noch mal heute gefahren. So, hier kommt jetzt kein weiteres Geschwindigkeitsschild. Das war ja the combination, the curve from 30, 30 from the curve. Ja, also 30 für die Kurve, danach kommt kein Schild mehr. Viel Glück wünsche ich dir auch am Montag. Bist du dann heute noch mal gefahren? Fühlst du dich sicher? Wenn nicht, ruf deinen Falleber an. Kommt noch mal an. So, dann wollen wir nach rechts, äh hier noch nicht, die nächste, sorry. Jetzt nach rechts, die nächste Straße rechts, die können rechts. Don't break first. Don't break first. Make first the indicator right. Yeah, the indicator come too late. Hey, I've seen that. And right. First make the indicator. Don't break first. Ja, also nicht zuerst branden. Ja, das ist doch schön. Dann haben wir alles durchgegangen, da. Super. So, haben wir hier rechts verlinkt, oder nein? Na klar, ne? Schöne, enge Straße. Ist das eine Einbahnstraße? Nein. Es ist keine Einbahnstraße, aber wir haben hier einen großen Vorteil. Da kann man dir die dicke Kavala an mir, ne? Wenn dir sowas entgehen können, wärst du da Angst, oder? Ich auch. Oh, weh, weh. Du hast mal den Faschelwagen, naja. Weiß nicht. Ja. Das ist bei Faschelmolus, ne? Das sieht so cool aus, ne? Da kann der Prüfer dann auch genau sehen, wann du den Trinker anmachst, ne? Und wohin du den Trinker anmachst. Das ist eigentlich hier für den Prüfer gedacht, ne? Oh, guck mal, da kommt einer uns entgegen. Was machen wir denn jetzt? Augen zu und durch, oder was machen wir? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Warte mal, guck mal, ist da Platz genug. Ist da Platz genug. Wir müssen uns an die Regeln halten, ne? Es ist ja lieb gemeint und nett gemeint, was du da machen möchtest, ne?